Die folgende Sendung kann Bildmaterial von verarbeiteten oder unverarbeiteten Lebensmitteln enthalten und so zu unkontrollierbaren Hunger- und Fressattacken führen. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Lebensmittelhändler oder Bäcker. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Mit Influencern zusammenleben ist nicht so einfach. Gerade wenn man essen gehen will, kommen dann noch näher. Kann ich jetzt? Ja. Danke. Ich werde das sehen. Oh, ja. Ich werde das sehen. Oh, ja. Und ich werde das sehen. Oh, ja. Ich werde das sehen. Oh, ja. Ich werde das sehen. schneehölle tag 27 keine ahnung was für ein tag ja minus 23 grad es hat wieder geschneit heute nacht und wieder gewinnen wie verrückt oh wir haben hunde hallo ja ich habe mich jetzt hier durchgekämpft habe hier mit der kleinen akkufräse einen weg zum kub geschaffen also das war hier gestern alles noch nicht hier habe ich mich durchgekämpft nicht mal gefräst hier irgendwie die tür aufgerissen und habe da nur ein stück vor der vor der tür weg gefräst dass ich erst mal aufmachen kann und die hühner füttern kann und jetzt mache ich den rest und dann hoffe ich dass frühling wird alter schwede also gestern und vorgestern war das alles nicht hier ist alles neu das blöde ist wir kriegen in anderthalb stunden besuch wir lassen uns mal beraten für eine neue küche und irgendwie müssen die ja hier auf die einfahrt kommen deswegen muss ich jetzt fräsen aber weil ich euch schon oft genug gezeigt habe wie man fräst zeige ich euch das jetzt nicht noch mal zeige ich euch ja nur das endergebnis so guck mal schule was sind das punkte verbinden mir hat für mich gekocht weil es mir gestern nicht gut ging hat mein mann für mich gekocht und jetzt muss er erst mal drei folgen tatort reiniger gucken und die küche wieder sauber zu kriegen hat er gesagt habe ich ihn noch belächelt für naja so eine halbe stunde später alles wieder sauber und es ist jetzt auf dem herd nicht eine halbe stunde später aber da war einfach nur aber da war einfach nur der akku leer von der kamera die musste erstmal aufgeladen werden so und weil heute super wohl ist gibt es jetzt erstmal hot dogs so wie heute gibt es hot dog kriegen wir dich in den ofen rein meinst du passt da rein da so da so kommst du in den ofen kommst du in den ofen das ist nicht schön den ganzen tag ist schon ein blizzard über uns und versorgt uns mit frischen neun schnee minus temperaturen um die 20 grad und ganz viel kalten wind nicht schön stimmt kann man so sagen da da Alright.